Halleluja! Hey Leute, was geht man? Ich bin gerade eben angekommen. Im Fit One man, im Fit One. Da fliegt schon wieder mein ganzes Ding raus. Oh shit. Auf die FIBO, da hat mir der Rich noch was gegeben, man. Das werde ich jetzt kurz nochmal abchecken, man. Sein verdammtes All-Day-You-May, man. Das schmeckt richtig geil. Ich check's mal aus. Ich bin gerade angekommen, man. Im Fit One. In Stuttgart, da war mit ein paar Kollegen. Ja, hier so Volk-Athleten, mit denen ich jetzt gleich noch trainieren werde, was abfilmen werde. Und ich will jetzt eine Serie machen über Breitwerden, Leute. Das heißt also, welche Muskelgruppen, wie man trainieren soll, um einfach breiter zu werden. Der Fokus wird natürlich sein, die Schulter und der Rücken. Da werden wir jetzt einfach einige Videos aneinander rein. Gebt euren Input, findet ihr das ganze Ding geil. Ich hol jetzt mein Zeug und dann geht's direkt los, man. Und der Song hat mich so motiviert. Ich hoffe, ich bekomme da jetzt keine harte GEMA-Abstrafung. Schauen wir mal. So, man, das wird gleich losgepumpt. Ich hau mir nur noch hier eine verdammte Ananas-Probe rein. Wir haben jetzt Ananas am Start. Noch irgendwelche krassen Flavor, schon einfach mal vorbei. Denn wir haben auch beim Protein Erdnussbutter raus. Wir wollen so einen Nutella-Flavor machen. Kokos, also da kommt jetzt einiges raus. Wir sind jetzt hier gerade jedes Training irgendwas Neues am Testen. Also bleibt da definitiv dran und seid gespannt. Und checkt mal die Page ab. Außerdem, wir haben da auch alle Studien verlinkt zu den einzelnen Inhaltsstoffen. Das heißt also wirklich, guckt euch alles an. Informiert euch. Denn ich glaube, das ist bei keinem anderen so. So Leute, mach ich den jetzt hier gerade mit dem Tobi. Hab ich ihn gerade schon als Gym kennengelernt. Wie schon versprochen, wir holen jetzt ein paar Rückenübungen raus. Wer wird es gleich vorführen? Ganz wichtige Sache ist, die meisten Leute denken beispielsweise beim Rücken, wie machen die meisten Latziehen? Was ist so der allgemeine Spruch, was die meisten Leute denken? Ja, die meisten Leute ziehen eben beim Latziehen nicht aus dem Rücken, sondern die ziehen irgendwoher. Die Kraft kommt aus dem Bizeps oder einfach sonst irgendwoher. Und die spüren den Rücken einfach nicht richtig. Das ist oftmals der erste Fehler. Und der zweite Fehler ist, Leute, also erstmal zu viel Kraft aus dem Bizeps stoppen. Und das nächste ist, die Leute denken, je breiter ich greife, desto breiter werde ich. Und das ist natürlich ein Fehler, weil die Sache ist die, der Bewegungsradius vom Latissimus, hier vom Ellenbogen aus betrachtet, ist komplett so. Das heißt, die Übung, wo der Rücken komplett aktiviert wird, ist der Überzug. Von hier nach hier. Das ist die komplette Rückenkonvention. Da hat auch Dorian Yates früher immer angefangen. Deswegen, wir machen jetzt hier gleich Überzüge. Und wenn ich euch jetzt mal das Beispiel mache, wenn also der komplette Radius jetzt vom Ellenbogen von hier bis hier ist, dann kann ich jetzt beispielsweise einen Latzug machen. Und wenn ich jetzt den Latzug mache, von hier, und ich ziehe ihn so eng runter, habe ich einen viel breiteren Radius, so eng. Und wenn ich hier außen greife und nur so ziehe, seht ihr, dann habe ich einen sehr, sehr kurzen Radius. So, ja, wenn ich weiter innen ziehe und meine Ellenbogen ein bisschen reinnehme, vor allem, dann kann ich einen viel breiteren Radius ziehen. Und dann werde ich auch wachsen. Das war das Ding, was bei mir am allerkrassesten geholfen hat, den Rücken weiterzuentwickeln. Als ich mir das Interview reingetommen habe von Dorian Yates, als er eben meinte, alle Leute machen es falsch und ziehen eng breit, haben nur einen kurzen Radius, ja, so und so. Und er hat dann gesagt, nehmt die verdammten Ellenbogen rein, greift enger und zieht komplett über den Radius, ja. Und jetzt fangen wir an den Überzug und dann machen wir als nächstes dann diesen Latzug, okay. Also, zeig mal her, wie das bei dir aussieht. Okay, das heißt, eine Benübung ist hier gemacht. Und stellt euch schön hier. Du musst schön laut sprechen, ja. Also, ihr stellt euch hier, folgendermaßen. Wir haben jetzt hier Lightweight erstmal noch zum zeigen, ja. Und, ich zeig mal, wie es falsch ausschaut, ja. Viele, die gehen hin und ziehen hier irgendwie so und machen sowas. Und wie Karl gerade gesagt hat, ihr habt einfach den Bewegungsradius nicht. Das heißt, haben wir nur diese Flächen hier drin, ja. So, ihr lützt eure Range of Motion schlicht voll aus. Das heißt, was wir machen wollen, ihr geht hier und geht oben schon in die Dähnung, ja. Seht ihr mal, komplett, komplette Dehnung, Mann. So, und dann fangen wir quasi an runter zu ziehen. War, ne, den richtig schönen Radius. So, und dann wieder hoch. Vor allem eure Nullposition ist immer die Dehnung, so. Ihr müsst euren Rücken, schaut mal, ich kann so machen. Oder ich kann meinen Rücken noch mehr aufmachen, so. Und wieder. Down. Genau. Das Ganze geht es auch mit der Maschine, geht es mit der Kurzhandel. Das zeigen wir später. Aber die Maschine, die hat nicht jeder. Und die Kurzhandel ist auch ein bisschen schwieriger, so vom Gefühl her, ja. Aber das war jetzt schon mal eine richtig geile Variante. Wärmst du mit ein, weil so müsst ihr den Rücken spüren, ja. Das ist richtig geil. Der zweite Punkt, Leute, der extrem wichtig ist, ja. Den man nicht falsch machen, ja. Die Maschine kommen her und sagen so, irgendwie so mit dem Trizeps, so, ja. Das ist komplett falsch. Wir müssen die ganze Zeit, wie er schon gezeigt hat, gerade halten, ja. Ihr dürft nicht hier so einen Knick entwickeln und dann nur gegen Ende gerade ziehen. Dann arbeitet ihr nicht die Trizeps. Das heißt, wenn man das ganze Ding so macht, abkippt man den Rücken richtig gut, macht mal jetzt am Anfang vom Training ein, zwei, drei Sätze, schaut, dass ihr gleich einen Rückenpunkt bekommt. Und dann geht ihr in euer ganz normales Rückentraining rein, oder in euer ganz körpers Knick, zwei, drei, je nachdem, was ihr habt. Und dann seht ihr mal, wie ihr euren Rücken einfach besser spüren könnt, ja. Gleich geht's zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.